Und welcome back to Athletes Room, Part 2 von Aaron. Was geht, was geht, was geht. Was geht, Aaron? Es geht. Heute Teil 2. Letzte Woche wart ihr schon dabei. Ihr durftet schon mal einiges an Einblicken über Aaron erfahren. War, denke ich, sehr, sehr interessant. Neben Rassismus auch deine ersten Steps im Bereich Profifußball. Und heute wollen wir fortsetzen. Thema Profigeschäft. Du hattest dein letztes Wort in der Folge. Im ersten Teil war dein erster Profivertrag. Nimm uns doch gerne mal mit. Wie kam das zustande? Du warst ja erst dein zweites Jahr. Du hattest zuletzt erzählt, zweites Jahr U19. Wie ist das alles zustande gekommen? Wann hast du ihn vorgeschlagen bekommen? Tatsächlich habe ich mir vor dem Jahr gesagt, Aaron, du wirst 19 Jahre alt. Es wird Zeit, ne? Weil ich habe natürlich, du siehst überall Leute. Clock ist ticking. Ja, ja, 100%. Time is ticking, bro. Du musst den Berg um. You gotta get the Berg, bro. Und ich war, ey, hör mal zu, ich muss auf jeden Fall dieses Jahr scoren, 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 scoren. Ich muss auf die Map, ich muss mir einen Namen machen, damit der Verein weiß, okay, da ist jemand, der will wirklich unbedingt haben. So, und dann habe ich in der U19 gut gescored, die Saison war vorbei. Und nach der Saison, eigentlich direkt nach der Saison kam dann HSV, hör mal zu. Wir sehen dein Potenzial, wir sehen natürlich, dass noch Luft nach oben ist. Wir sehen, was du aber schaffen kannst, wenn du am Ball bleibst. Wir möchten mit dir gerne einen Vertrag aufsetzen, du sollst deinen ersten Probevertrag unterschreiben. Und ich bin vor Freude durchgedreht. Ich dachte, oh mein Gott, meine Stadt, ich bin hier groß geworden. Ich spiele seitdem ich denken kann bei diesem Verein. Ich will das unbedingt machen. Tatsächlich waren auch andere Angebote da. Kannst du da über offen sprechen? Ja, es waren tatsächlich auch andere Zweitligisten. Aber ich glaube, das beste Angebot, was für mich damals persönlich war, war Hertha BSC. Hertha BSC wollte mich damals haben, für die zweite Mannschaft dann aber. Mit halt Ambitionen nach oben. Und ich meinte, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich meinte, Hamburg ist halt Hamburg. Zu dem Zeitpunkt war Christian Tietz auch noch Trainer. Ich hatte den sowieso in der Jugend. Warum nicht jetzt? Und dann habe ich den Probevertrag unterschrieben. Ich glaube, ich habe für drei Jahre unterschrieben. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, drei Jahre ging mein erster Vertrag dann. Und dann bin ich in die Vorbereitung ganz normal gestartet. Das war halt mein erstes Profi. Ja, super nervös. Super nervös. Ich war auch nicht ganz bei mir selbst gefühlt. Habe meine Leistung gebracht, so gut ich konnte. Und dann kam am 21.7.2018 ein Vorfall, der mich am meisten geprägt hat, beziehungsweise mich so das Leben hat richtig wertschätzen lassen. Weil ich bin dann, wir sind ins Trainingslager geflogen. Vorbereitung war mitten am Laufen. Die zweite Mannschaft hatte auch eine Vorbereitung. Und dann kam ich zurück, beziehungsweise wir kamen zurück. Und dann stand ich auf dem Platz und habe einfach gemerkt, meine Lunge kollabiert. So, ich meine, was passiert hier? Ich habe keine Luft bekommen und ich dachte, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich bin hin und her gelaufen beim Aufwärmen, aber zum Glück war es nicht im Spiel. Beim Aufwärmen habe ich gemerkt, ich habe ein richtiges Stechen in der Brust. So, und dann... Aber du wusstest natürlich offensichtlich nicht, dass es irgendwas mit kollabieren? Nein, nein, definitiv nicht. Was waren deine Gedanken, die du so durch den Kopf gegangen bist? Ich habe mich verschluckt. Ich sage ehrlich, ich dachte... Hast du dann immer gehustet? Ja, ich meine, irgendwas stimmt hier nicht, weil das ging nicht weg. Ich meinte die ganze Zeit, das kann doch nicht sein. Und dann bin ich zu unserem Trainer gegangen. Unser Physiotherapeut war aber zuletzt noch drin. Und ich meinte zu ihm, Trainer, irgendwas stimmt nicht, weil ich kriege nicht wirklich Luft. Ich weiß nicht, ob ich mich verschluckt habe. Gleich bin ich auch gerade ein bisschen am spinnen. Ich habe dann Wasser getrunken, so viel ich konnte. Und dann war es tatsächlich sogar direkt besser. Und dann kam es nach 30 Sekunden übertrieben doll wieder. Und dann kam unser Physiotherapeut, hat mich eingeringt, hat alles mögliche probiert. Und er meinte, ja, probier nochmal hier rumzulaufen. Und dann war ich an der Seitenlinie, bin hin und her gelaufen. Und er meinte dann zu ihm, ja, geht nicht. Das Stechen hört nicht auf und es wird immer doller und doller. Und er meinte, ja, komm rein. Wir gehen rein und dann müssen wir vielleicht einen Krankenwagen rufen. Weil so, wie es sich gerade verhält, sind wahrscheinlich Lungenbläschen bei dir geplatzt. Und ich meinte zu ihm, wie kommst du darauf? Er sagte, ja, er ist früher Rettungswagen mitgefahren und hat halt so ein bisschen vermutet, dass es das sein kann. Und dann sind wir reingegangen. Ich habe mich auf die Liege gelegt. Er hat direkt eine Infusion an meinen Arm gelegt und meinte, ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Und dann kam der Krankenwagen an. Die haben mich abgetastet, alles mögliche. Und meinten, ja, wir fahren jetzt ins Krankenhaus und kontrollieren nochmal alles. Wir sind ins Krankenhaus gefahren und dann lag ich da. Das werde ich, glaube ich, niemals im Leben vergessen. Und dann kamen wirklich Krankenschwestern und auch wirklich männliche Herren zu mir rein und meinten, können wir ein Foto machen. Nee. Doch, doch. Während du da... Ich habe frisch meinen Probevertrag unterschrieben und einige haben mich erkannt. Das war Ake Altona. Ich meinte, hä? Wie? Doch nicht jetzt. Ich kriege keine Luft. Warum willst du jetzt ein Foto mit mir machen? Und so, ich liege, ich habe gerade ganz andere Sachen. Es geht also, ich mache so. Ich lag da wirklich so locker zehn Minuten. Aber es ist halt nicht schlimmer geworden zu dem Zeitpunkt, Gott sei Dank. Ich habe die Foto auch gemacht, so nicht. Aber es war einfach ziemlich komisch. Und dann kam der Arzt zu mir rein und meinte, hör mal zu. Ich lag da wirklich mit Schienbeischuhen, Fußballschuhen, Trikot, alles. Ich lag da komplett ready für das Spiel. Und dann kommt der Arzt zu mir und sagt, hör mal zu, wir müssen notoperieren. Ich sage, wer? Also, ich nicht. Ich sage, nee, nee. Nur ich, notoperieren, jetzt nicht. Er sagt, doch, doch, wir müssen sofort operieren und so. Deine Lunge droht uns komplett einzufallen. Ich meinte, okay, krass. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Dann sind wir in den OP-Saal, die haben mein Trikot aufgeschnitten. Ich hätte es auch ehrlich gesagt einfach ausziehen können. Ich hätte es auch einfach ausziehen können, aber die haben es dann aufgeschnitten. Und dann dachte ich wirklich, ich werde bei Narkose operiert, ne? Nein. Ehrliche Betäubung, oder? Nein. Ehrliche Betäubung. Ich würde bei örtlicher Betäubung. Wo wurdest du denn dann örtlich betäubt? Genau, hier an meinen Rippen. Wow. Und dann meinten die, ja, ich weiß nicht, ob du sehen willst. Können die auch einen Vorhang hervorziehen, damit du nichts siehst. Aber wir müssen jetzt rein und so schnell. Und die mussten so eine Drainage ansetzen, die dann das Blut aus meiner Lunge sozusagen rauspumpt. Weil da ist Blut reingelaufen. Ich meinte, das geht mich ja alles viel zu schnell. Ich meinte, ja, ja, macht einfach so schnell ihr könnt. Und dann haben die es betäubt. Und ich habe mir das tatsächlich angeguckt. Also ich habe mir das wirklich, ich habe mir das von Anfang bis Ende angeguckt. Ich habe halt versucht, meinen Atmung so gut, ich kann so regulieren. Tief ein, tief aus. Und ich habe aber die ganze Zeit meinen Arm so hochgehalten und habe halt so zugeguckt. Bisschen relaxed auf den. Ja, so gechillt. Ich mache, was passiert? Ich habe das wirklich nicht realisiert. Und dann haben die diesen Schlauch da so reingesteckt. Und der war in so einem Kanister, der das Blut dann sozusagen aufnimmt. Dann wurde ich operiert, die haben das zugenäht. Und ich dachte, ich bin fertig. Die haben das dann geröntgt und haben gesehen, dass der Schlauch nicht da anliegt, wo er anliegen soll. Nein. Das heißt, nochmal auf. Oh nein. Ich meinte, oh mein Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Egal, was ist, aber nicht nochmal diesen ganzen Salat nochmal machen. Wie lange ging das? Das ging sogar schnell. Das ging 45 Minuten, glaube ich. Und dann meinte ich aber nochmal rein. Ich meinte, okay, danke. Nochmal auf und nochmal rein. Und da habe ich wirklich meine Atmung reguliert. Und dann saß der Schlauch kurz an, rausgezogen, wieder rein. Wenn ich euch diesen Ablauf erkläre, das war wirklich eklig, wie das da alles reingekommen ist und was da alles mitgemacht wurde. Also ich sage mal so, er hat vorher mit seinem Finger abgetastet, ob irgendwas im Weg ist, in meinem Brustkorb. Also sein Finger war in meinem Körper. Ich habe das gemerkt. Ich habe das wirklich gemerkt. Es war so unangenehm. Es war so komisch. Und dann ist der Schlauch angedockt, wo er ansetzen sollte. Und ich habe immer richtig tief eingeatmet. Ich habe nur schwarz gesehen. Meine Augen waren kurz zu. Ich war kurz weg. Ich war wirklich kurz weg. Und dann bin ich wach geworden. Hast du ein Licht am Ende? Nein, nein. Nur schwarz. Ich habe nur schwarz gesehen. Nur schwarz. Ich habe nur schwarz gesehen. Also wirklich, das ging von null auf in der Bob. Einfach schwarz gesehen. Dann war ich direkt so nach ein paar Sekunden gefühlt wieder wach. Das hat so fast passiert. Und dann hat er alles zugenäht. Und dann war ich so, okay, krass. Es hätte viel schlimmer kommen können. Gott sei Dank ist dann alles auch gut verheilt. Und es ist gut verlaufen, die ganze OP. Und dann habe ich irgendwann langsam angefangen, wieder mit Sport, mit Fahrradfahren, Atemübungen. Atemübungen kann ich keinen empfehlen. Sag ich ehrlich, das macht gar keinen Spaß. Das macht gar keinen Spaß. Doch, Meditation und so schon, definitiv. Aber diese Atemübungen, ich kam mir vor wie so ein Idiot. Ich stehe da, jemand guckt mir zu, wie ich atme. Ich dachte, das ist so komisch. Aber ich meine, ich mache alles dafür, dass es wieder so wird, wie es vorher war. Dann habe ich irgendwann, ich glaube, nach drei oder vier Monaten das Glück gehabt, dass ich dann wieder trainieren konnte und auch wieder spielen konnte. Habe dann in der zweiten Mannschaft von Hamburg gespielt, regelmäßig Profis trainiert. Und dann kam irgendwann die Winterpause. Und da war, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Ralf Becker war da Vorstandsvorn. Oder Sportchef, eins von beiden. Ich glaube, der ist jetzt bei Dresden oder so. Ja, der ist bei Dresden. So, und dann war er der Meinung, okay, so, du hast es jetzt nochmal bewiesen, dass du es kannst und so. Ich nehme dich wieder hoch zu den Profis. Und dann habe ich die ganze Wintervorbereitung bei den Profis gemacht. Und damals war Trainer Hannes Wolf, der ist jetzt, ich glaube, U18-Nationaltrainer. War früher, glaube ich, auch Stuttgart-Trainer. Ja, genau. Und dann habe ich bei dem die ganze Rückrunde trainiert, aber habe halt keinen Einsatz bekommen. Und Hamburg wollte halt unbedingt hoch. Und er ist dann nach dem Jahr auch entlassen worden. Für mich persönlich war es aber in meiner Entwicklung brutal gut, einfach auf dem Niveau die ganze Zeit zu trainieren. Auch wenn du nicht spielst, du wünschst dir halt unbedingt, dass du spielst. Aber es ist leider nicht dazu gekommen. Und dann kam im Sommer Hacking. Und dann war mir auch schon klar, okay, er wird auf jeden Fall einige Spieler holen. Und es wird alles dafür getan, dass Hamburg direkt wieder aufsteigt. So, und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich jetzt zu Rostock gehe. So, und dann kam Rostock sozusagen mein erstes Profi-Jahr, offiziell, wo ich auch gespielt habe. Da war Hansa Rostock auch schon in der Dritten. Ja, da war Hansa Rostock noch in der Dritten Liga. Und dann war die Vorbereitung ganz gut. Also, unfassbar heiß. Es war unglaublich heiß. Ich kann das nicht in Worte fassen. Ich weiß noch ganz genau, wir haben in der Vorbereitung einen Lauf gemacht. Zehn Kilometer. Wie schnell du kannst. Ich glaube, ich bin 39 irgendwas gelaufen. Also, es gab noch Leute, die sind bei mir 36 gelaufen, wo ich mir dachte, Bruder, wie? Wie machst du das? Ist wohl, was denkst du? Zehn Kilometer Lauf? Easy, ne? Ich bin so 28 bei mir. Guten Tag. Und dann 28, 29. Auf locker. Auf locker. Aber wenn nicht zu warm ist. Wenn warm ist, hast du auch. Es war super heiß. Es war super heiß. Ich meinte, ach, weißt du was? So, und dann kam das erste Saisonspiel gegen Viktoria Köln. Und die Saison wäre nicht so gelaufen, wie sie gelaufen ist, wenn sich nicht leider Gottes einer aus unserer Mannschaft verletzt hätte, weil ich hätte wahrscheinlich nicht von Anfang an gespielt, habe dann aber das Glück bekommen, dass ich direkt reingerutscht bin. Und dann habe ich im ersten Spiel eins vorbereitet und eins gemacht. Und das erste Tor wurde tatsächlich auch Tor des Monats. Ich glaube, ich erinnere mich. Welches war das? Das Hackentor. Wo der Ball so von rechts außen reinkommt und ich drehe mich so und spiele den Ball mit der Hacke rein. Bei Sportstudio oder so. Ich habe mein erstes Spiel, erstes Tor gemacht, ersten Profiminuten gesammelt. Das war zwar das anstrengendste Spiel, was ich in meinem Leben gespielt habe, also es war heiß und ich konnte einfach nicht mehr, weil das Tempo war nochmal eine ganz andere Schippe als natürlich die Regionalliga. aber es war so ein geiles Gefühl. Ich konnte das nicht mal in Worte fassen. Es hat einfach unfassbar Spaß gemacht. Wie ist das aus zu dem Stadion so für dich? Unfassbar. Also die Stimmung da war jedes Mal unglaublich. Die Fans sind am Ausrasten. In dem Spiel hast du gemerkt nochmal, okay, das Stadion ist auf jeden Fall da. Wir haben es aber ein bisschen verkackt, weil wir haben noch 3-3 gespielt. Wir haben 3-1 geführt oder sogar 3-0, ich bin mir nicht sicher. Haben dann eine gute Saison gespielt. Ich habe in dem Jahr dann fünf Tore geschossen und sechs Assists gemacht und dann kam Corona irgendwann zum Start beziehungsweise mitten in der Rückrunde. Dann kam Corona, dann haben wir nur noch vor leeren Rängen gespielt. Das Ostsee-Stadion durfte nicht mehr ausgefüllt werden. Das hat so ein bisschen auch Kraft gekostet, sagen wir mal so. Also es hat schon sehr, 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 sehr genervt. Wir waren auch tatsächlich eine lange Zeit zu Hause. Ich glaube sechs Wochen oder so haben wir gar keinen Sport gemacht beziehungsweise keinen Fußball gespielt. Das ist für Fußballprofis eine sehr lange Zeit. Wie lange ist normalerweise Sommerpause? Vier Wochen. Maximal. Vier Wochen, fünf Wochen. Und dann kam ich auch nach der Corona-Zwangspause zurück. Nach dem ersten Training dachte, ich kann keinen Fußball mehr spielen. Das war wieder wie U19. Ja, ja. Ich dachte, was passiert denn hier? Das kann doch nicht sein. Ich bin wirklich dreimal hin und her gelaufen und war kaputt. Also wirklich kaputt, kaputt. Dass ich dachte, ich bin müde. Oh mein Gott, was passiert dir? Das ist viel zu schnell und so für mich. So, ich habe mich dann nach einem Tag direkt wieder eingegroovt und so. Wir haben halt vor leeren Rängen gespielt. Und dann kam, ich glaube, vor der Corona-Pause sogar schon Hamburg auf mich zu. Ja, hör mal zu. Wir erkennen dein Potenzial. Wir würden gerne den Vertrag mit dir verlängern. Und dann wurde mir ein Vertrag angeboten, vier Jahre, in Hamburg. Und ich dachte mir, oh mein Gott. Jackpot. Oh mein Gott, was willst du mehr? Ich hatte natürlich auch andere Angebote vorliegen. Aber es war halt nicht zweite Liga. Und ich bin sowieso bei Hamburg. Ich bin jetzt hier noch das Jahr über. Und dann gehe ich nach Hamburg zurück und zersäge alles, was kommt. Hacking hat mich auch persönlich nochmal angerufen und hat gesagt, ich will dich auf jeden Fall im Sommer zurückkamen, weil er natürlich davon ausging, dass er im Sommer seinen Job behalten wird und alles. Und dann war die Saison vorbei. Ich habe nochmal gut gescored zum Ende hin. Und dann kam die Vorbereitung in Hamburg. Beziehungsweise dann kam in Hamburg der neue Trainer Dani Thun, der jetzt bei Düsseldorf ist. Ich habe die Vorbereitung dann gespielt. Wichtig vielleicht zu erwähnen, dass Hacking dann seinen Job nicht behalten hat, weil sie nicht aufgestiegen waren. Und dann kam Thun. Und ich war dann der Meinung, okay, ich werde mich unter ihm auf jeden Fall probieren durchzusetzen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich komme nicht wirklich an meine Leistungsgrenze. Beziehungsweise ich hole nicht das aus mir raus, was ich eigentlich kann. Und dann habe ich auch verschiedene Positionen gespielt. Und irgendwann war dann für mich, okay, ich habe eine gute Saison gespielt. Ich möchte jetzt nicht unbedingt auf einer anderen Position wieder spielen. Lass mich doch einfach woanders hingehen, zu einem anderen Zweitligisten, wo ich dann definitiv durch die Decke gehen werde. Wo ich mir auf jeden Fall von Anfang an sagen werde, hör mal zu, du kommst hierher, um zu spielen. Mach alles dafür. Weil du hast nur eine Chance. Das war eben halt mein Gedankengang. Und ich habe auch ein bisschen angefangen zu zweifeln, weil ich dachte, warum setze ich mich hier nicht durch? Woran liegt es, dass ich hier so ein bisschen verklemmt bin, verkrampfe? Und dann meinte ich, okay, die suchen ich und meinen Agentur, beziehungsweise meinen Berater, suchen uns einen Verein aus, wo ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit etwas höher ist, vielleicht zu spielen als in Hamburg. Und ich aber auf dem gleichen Niveau bin. Also mindestens Zweite Liga. Und dann bin ich bei Regensburg gelandet, wo ich einfach von Anfang an ein gutes Gefühl hatte, hatte gute Gespräche. Und dann ist die Saison in Regensburg aber nicht so gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe. Vielleicht noch eine Frage, die mir gerade einfällt. Und wieso denkst du, dass du in Hamburg so ein bisschen dich verklemmt gefühlt hast? Also war es einfach, dass du gesagt hast, okay, ich wechsle jetzt die Location und dadurch fühle ich mich irgendwie freier und ich spiele freier auf sozusagen? Oder was denkst du? Also ich glaube, dass es hauptsächlich daran gelegen hat, dass ich so, wenn ich halt einen Fehler gemacht habe, angefangen habe so zu überlegen und angefangen habe zu zweifeln. Und ich habe mich sehr, sehr oft an meinen Fehlern dann so aufgebäumt und habe einfach so auf Krampf versucht, den Fehler unbedingt wieder gut zu machen. Und ich habe nicht einfach meine Lockerheit, die nicht auch irgendwo ausmacht, die meine Spielweise ausmacht, so behalten. Und das hat sich dann irgendwann gezogen, 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 bis ich dann auch im Nachhinein gemerkt habe, in solchen Aktionen, beziehungsweise in solchen Situationen, warum so verkrampfen? Ich bin eigentlich noch ganz anders, warum passiert das so? Und ich habe mich auch gefühlt mit Mentalcoaches getroffen. Ich habe versucht, einfach diesen Faktor dafür zu finden, beziehungsweise den Grund dafür herauszufinden. Dann bin ich mit dieser Einstellung nach Regensburg gegangen und meinte, okay, ich will unbedingt spielen. Habe dann auch meine ersten Minuten bekommen, direkt im ersten Spiel. Das war gegen Fortuna Düsseldorf in Düsseldorf. Habe dann ein gutes Spiel gemacht, als ich reingekommen bin. Und dann kam die Saison so ein bisschen ins Rollen und ich habe mich immer besser und besser gefühlt. Die Mannschaft hat mich halt super gut aufgenommen und es war mir halt irgendwann dann auch einfacher alles. Ich wusste auch die Abläufe so, weil ich war halt nicht von Anfang an dabei. Aber ich habe nicht wirklich so komplett Fuß gefasst, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt unbedingt Schamtspieler und es kommt nichts an mir vorbei. Ich muss auf jeden Fall jedes Spiel spielen. Und dann bin ich am Ende dort auf 21 Einsätze gekommen und ich glaube, fünf oder sechs war von Anfang an und ich hatte eine Durchschnittsspielzeit von, glaube ich, einer halben Stunde, wo ich, glaube ich, drei oder vier Vorlagen gemacht habe und halt ein Tor geschossen habe. Und dann kam ich nach dem Jahr so nach Hamburg zurück so mit diesem Gedanken, okay, du warst jetzt bei Regensburg, du warst jetzt bei Rostock, bei Rostock hast du eine gute Saison gespielt, hast auf dich aufmerksam gemacht, warst jetzt in Regensburg, wo es nicht so gut lief. Jetzt bist du in Hamburg, du musst dich in Hamburg durchsetzen. Hamburg ist nochmal was ganz anderes. So und dann war doch irgendwann klar, okay, Tim Walter wird in Hamburg Trainer und ich habe dann, Derek hatte ja Tim Walter als Trainer. Ich habe dann Derek vorher gefragt, Derek, wie tickt eigentlich Tim Walter? Wie ist das so drauf? Das war Bayern 2, glaube ich, noch zu dem Zeitpunkt. Ja, und ich meinte so zu Derek, ja, wie tickt er so ungefähr? Kannst du mir da so ungefähr ein Bild machen? Und ich habe mich so drauf eingestellt, okay, der Mann kennt mich nicht und ich werde mir auf jeden Fall eine Position erspielen, dass er nicht um mich rumkommt. Genau das Gleiche wie in Regensburg, dass ich auf jeden Fall Gas geben werde. So und dann, war die Vorbereitung und ich habe halt die Vorbereitung auch gut trainiert. Ich habe halt versucht, sein Spielsystem und seine Spielphilosophie so gut wie möglich nur umzusetzen und anzunehmen. Und dann war ich mitten in der Vorbereitung und war der Meinung, okay, ich spiele hier wieder nicht viel. Warum? Woran liegt das? Habe ich wirklich so schlecht trainiert? Also mein Gefühl hat es nicht so wiedergegeben, dass es so schlecht war beziehungsweise, dass es, es hätte auf jeden Fall besser sein können, aber es war ordentlich. Aber ich bin der Meinung, dass wenn du von irgendwo kommst, wo du sowieso nicht so viel gespielt hast, dass wenn du spielen willst, dich unbedingt aufdringen musst und gefühlt dich unverzichtbar zum Spieler machen musst, der unverzichtbar ist. Und dann meinte ich zu ihm auch, okay, hör mal zu, ich habe das und das im Kopf, ich würde gerne irgendwo anders hingehen. Er meinte, ja, verstehe ich. Aber ich weiß halt nicht, ob du in die dritte Liga sollst. Ich habe ihm halt gesagt, wo die Angebote im Moment so eintrudeln und so und tatsächlich war dann auch mein erster Gedankengang, okay, ich gehe auch nach Holland. Weil mit meinem Spielstil passe ich definitiv nach Holland. Und dann kam aber Osnabrück, der Trainer und der Vorstand, zu mir nach Hamburg. So, die haben mir ein Trikot mitgebracht. Wow. Die meinten, hier, hör mal zu, du kriegst bei uns die Sieben, wir wollen das und das und das, wir wollen das und das und das und wir wollen die Art vom Fußball. So. Und dann meinte ich, ja, was machen wir jetzt? Da meinte Walter zu mir, ja, ich kann mir das schon vorstellen, aber ich würde halt auch präferieren, dass du nach Holland gehst, weil dann ist es nochmal eine erste Liga, ist nochmal vielleicht ein anderes Niveau. Und ich glaube, du kannst dich da definitiv besser weiterentwickeln. Und ich meinte, ja, ich verstehe diesen Gedankengang definitiv, aber ich würde gerne nach Osnabrück gehen, weil ich einfach das Ding, was die da aufbauen wollen, mitreißen will. Und dann habe ich mich dazu entschieden, zu Osnabrück zu gehen, wollte aber vielleicht sogar noch zu Rostock, aber Rostock hat abgelehnt. Bin dann in Osnabrück gewesen, auf dem Parkplatz und dann klingelt mein Handy. Ich kaufe mein Handy, irgendeine Nummer, ich meinte, ich gehe nicht ran, weil ich war kurz vor Unterschrift. Und dann wird mein Berater angerufen, mit dem ich dort hingefahren bin. Rostock, komm jetzt. Was machst du dann? Es sind tausend Gedanken in meinem Kopf vorgegangen und ich habe dann das gemacht, was ich dann immer in solchen Situationen mache. Ich habe meinen Vater angerufen. Papa, was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung, weil ich will irgendwie auch Zweite Liga spielen, aber Osnabrück klingt sehr, sehr spannend und ich habe denen auch eigentlich schon zugesagt. Und dann habe ich in Osnabrück unterschrieben, weil er meinte, bleib in Osnabrück, vertrau mir, du wirst da deinen Weg gehen, du wirst dein Ding machen. Und ich sage, der Mann hat alles richtig gemacht. Er hat auf jeden Fall richtig entschieden. Die Saison war sehr gut. Osnabrück war eine gute Saison. Ich habe sehr viele Scorer-Punkte gesammelt. Ich habe zwar nicht selbst so oft getroffen, was mich auch im Nachhinein richtig aufregt, weil ich ganz genau weiß, es wäre definitiv mehr gegangen. Aber es war vielleicht auch so Konzentration. Und dieses Verkrampfte aus Regensburg kam wieder, vor dem Tor aber nur. Sonst war ich halt ich selbst. Und in der Rückrunde wurde es dann nochmal viel besser, weil ich dann einfach gefühlt befreiter war und auch mein erstes Tor eigentlich geschossen hatte. Der Knoten war so ein bisschen geplatzt. Ich hatte nicht mehr diesen Druck. Ich habe mir selber auch nicht mehr diesen Druck gemacht. Und dann habe ich die Saison bei Osnabrück zu Ende gespielt. Wir haben ganz ordentlich abgeschnitten dafür, dass es dann so ein komplett neues Konzept war und so eine komplett neue Mannschaft. Es wäre natürlich viel, viel mehr gegangen. Wenn man offen und ehrlich ist, hätten wir auch um den Aufstieg mitspielen können, weil die Mannschaften nicht klar besser waren als wir. Beispielsweise Magdeburg ist natürlich vorweg marschiert, aber Kaiserslautern und Braunschweig waren jetzt nicht unbedingt klar besser als wir. Aber wir haben uns das am Ende dann auch selbst verbockt. Und dann bin ich nach der Saison sehr zufrieden, was heißt zufrieden? Zufrieden ist man gefühlt nie, aber zufriedener gewesen als die Jahre davor einfach, weil ich weiß, okay, ich kann viel mehr und wenn ich die Plattform kriege, kann ich es auch unter Beweis stellen. Und jetzt bin ich in Hamburg. Welcome back. Thank you, man. Genau, wir machen einen kurzen Break hier, was die Erzählung sozusagen deiner Vergangenheit angeht, weil ich glaube, bis heute ist die Vergangenheit geschrieben. Ja. Alles, was jetzt kommt, ist erstmal noch Zukunft. Ja. Ja, Mann. Also du hast ja jetzt viel, viel erzählt und was werden jetzt so deine Highlights von deiner Karriere bis zum heutigen Tag? Also was kannst du uns so erzählen? Was sind deine Highlights so, was dir im Kopf bleibt, wenn jemand dich fragt? Highlight. Erstes Tor der Rostock. Tor des Monats. Ich habe diese Plakette bekommen. Ich habe das immer nur, wenn man im Fernsehen guckt, sieht man immer da, Tor des Monats, Tor des Monats, so wie diese Nummer, da diese Endziffer. Ich gucke Fernsehen, ich mache so, hey, das bin ja ich. Wie häufig hast du dich selber angerufen? Nicht einmal. Weißt du, weißt du, was Romil war? Wäre schön, wenn ich mich selbst angerufen hätte, aber, mir haben so viele Leute geschrieben, die haben mich für mich angerufen. Ich meinte, krass. Ich meinte, ich gewinne safe. Ich gewinne safe, 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 weil das war unglaublich. So, und dann habe ich mir auch die anderen Tore angeguckt und meinte, das könnte wirklich was werden. Und dann kam irgendwann der Vorausdruck, der Anruf, ja, Aaron, du hast die Auszeichnung bekommen zum Tor des Monats. Was? Ja? Wie bitte? Ehrlich jetzt? Okay, krass. Krass. Und dann kam, ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob das ARD war? Ich glaube ARD, ich bin mir nicht sicher. Kam nach Rostock, haben ein Interview mit mir geführt auf so einer Terrasse und so einem Hotel und so, also Maximum. Und dann haben die mir diese Plakette überreicht. Ich habe immer im Fernsehen gesehen, wie das aussieht, das Teil ist so groß. Nur, ne? Das ist klein. Das ist so wie ein kleiner Goldtaller. Ernsthaft? Ich dachte, jetzt erzählst du, dass es so richtig groß ist. Aber so klein. Kleiner Goldtaller und da steht ein tolles Monats drauf. Aber ist halt, da hat nicht jeder zu Hause stehen, sagen wir mal so. Wo hast du ihn stehen? Zu Hause bei meinen Eltern. Ich habe meinen Vater angerufen, Papa, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Ich war das niemals. Doch, doch, ich habe gewonnen. Einmal bringen wir nach Hause. Also alle meine Trophäen, die ich in der Kindheit auch gewonnen habe und jetzt auch noch gewinnen. Bester Spieler bei HT16. Ja, bester Spieler bei HT16. Bodenzauber bei HSV, Hallenturnier, alle Trophäen, die ich individuell gewonnen habe, stehen zu Hause bei meinen Eltern in so einer Vitrine. Die ist so vom Boden, keine Ahnung. Bei deiner Karriere wahrscheinlich bis in den Himmel, oder? Nö, 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 wäre schön, wäre schön, wäre schön. Kommt noch, kommt noch. Aber es sind tatsächlich einige, einige Pokale und auch einige Austechnungen da drin, aber die ist auf jeden Fall so sehr gefüllt, sagen wir mal so. Eins ist auf jeden Fall das Tor des Monats. Zwei, muss ich sagen, mein erstes Spiel war Osnabrück. Mein erstes Spiel war Osnabrück. Ich wusste nichts, ne? Ich kam an einem Samstag an, Sonntag in einem Hotel, gepennt, trainiert, Montagsspiel. Der Trainer hat mich vorher gefragt, was wollen wir machen und so, willst du von Anfang an spielen, beziehungsweise... Aber war das direkt Likaspiel oder? Ja. Soll ich dich reinschmeißen und so? Und dann sitzen wir bei der Besprechung und ich gucke so. Ich sehe so vorne links, ich sehe so meinen Namen. Ich bin so, ja. Geil? Aber was soll ich machen? Ey, wo soll ich hinlaufen gefühlt so? Aber ich kenne das System ja, deswegen, ich habe mich so ein bisschen eingegroovt. Die Jungs haben mir unfassbar geholfen. So, und dann meinte ich, ja, let's go. So, wir haben das Spiel dann 2-1 gewonnen. Ich habe beide Tore eingeleitet. So, das war Highlight Nummer 2. Und Highlight Nummer 3. Highlight Nummer 3 schwer, ja. Ist eigentlich offen und ehrlich. Wenn du keins auf die Sprünge hast, ist das auch kein Problem. Mein erstes Zweitliga-Tor bei Regensburg. Auch gut immer. Erste Zweitliga-Tor bei Regensburg. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, 100 Prozent. Das war der kälteste Tag. Also, ist so kalt, Bruder. Ey, nein, nein. Aber das brennt sich bei dir ja so in der Seele. Weißt du, wie kalt mir war? Und es war gegen Osnabrück. Es war gegen Osnabrück. Wir lagen, ich glaube, 3-1 hinten oder so. Oder 4-1. Und dann bin ich reingekommen irgendwann zum Ende hin. Habe dann das 4-2 gemacht. Ich konnte mich nicht mal wirklich freuen, weil wir wollten halt schnell wieder das Spiel machen und so schnell wie möglich versuchen, das nächste Tor zu erzielen. Aber es war so kalt auf der Bank. Es war wirklich mit Abstand, also ohne zu übertreiben. Das war der kälteste Tag in Regensburg für mich. Das will ich nie wieder machen. Regensburg ist so kalt, wenn es wirklich kalter ist. Das weiß jeder, der bei Regensburg gespielt hat. Jeder, der in Regensburg wohnt. Und es ist extrem viel Nebel. Extrem viel Nebel im Stadion, weil du direkt an der Donau bist. Vielleicht können wir auch noch über die Zukunft, über dich als Wettermann, vielleicht auch reden. Ja, ehrlich. Aber bei mir kommt nur Sonnenschein. Nur Sonnenschein. Nicht zu heiß. Sunny Boy. Vielleicht können wir da noch kurz anknüpfen. Thema Nickname. Also du bist ja etwas bekannt, ich weiß nicht, ob alle das wissen, unter dem Nickname Juice Man. Sorry, 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 sir. Tell us, tell us a little bit. Wie ist Juice zustande gekommen? Eigentlich ganz einfach. Ich war bei Rostock und es war Vorbereitung. und wir hatten bei uns in der Kabine einen Juice. Bis heute, weiß ich nicht, was da drin war, ne? Nein. Das war vor zweieinhalb Jahren. Ich weiß nicht, was da drin war. Ich weiß nicht, was da drin war. Wir sind nach diesem 10 Kilometer Lauf rein, ich hab diesen Juice, ich hab diesen so abgezapft, ich hab den getrunken, ich guck's nicht noch so, boah. Ich meinte, boah, was ist das? Ich hab jeden gefragt, keiner konnte mir das Gefühl beantworten oder wollte es mir einfach nicht beantworten. und dann meinte irgendjemand, ich hab einen Snap gemacht, ich hab einen Snap gemacht und jemand meinte mir, du trinkst diesen Juice schon ziemlich oft, ne? Meinte ich, warum? Weil ich dir jetzt ein paar Snaps geschickt hab, wo ich diesen Juice trinke? Meinte, ja, Juice, 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 Ich kann das so mit deiner Fußballspielweise verbinden. Meinte ich, krass, ja man, stimmt. Ja, man, alles was du machst, musst du mit Juice machen. Immer, das war dann irgendwann so, hat sich das eingegroovt und tatsächlich ist es dann so geworden, dann kam Christian ja irgendwann mit Samba Boy. Da haben wir auch schon die Erklärung zu bekommen. Und da war Samba Boy und Juice Man. Ja man, diese zwei Namen, das wären auf jeden Fall unsere Namen. Würdest du überhaupt ein Juice bedeutet eigentlich so für dich Spaß daran zu haben? Also das ist ja eigentlich definitiv, es ist nicht wegen diesem Saft, aber durch diesen Saft ist es auch ein bisschen zustande gekommen. Da habe ich auch zu Christian gesagt, Christian, wir nennen Samba Boy und Juice Man. Und dann war auch in unserer Insta-Biografie Aaron, Anführungszeichen, Juice Man, Anführungszeichen, Apoko. Und ich glaube, das habe ich jetzt abgekürzt durch Juice. Und ich habe mir tatsächlich Juice Man auf meine rechte Wade tätowiert. Oh. Juice Man, die Nummer 11 und diesem Tanzenden Emoji von WhatsApp. Das wäre jetzt meine letzte Frage zu dem Thema gewesen. Welcher Emoji zeigt es am besten? Weil zum Beispiel, wenn ich einen im Kopf habe, einer meiner Favorites ist immer dieser Apfelsaft in so einem Tetra-Pack-Emoji, dieser grüne. Ja, ich weiß genau. Wenn ich irgendwas juicy sage, dann mache ich nämlich immer den. Und du hast aber den Tanzenden Emoji? Ich habe den Tanzenden Emoji und es gibt doch noch so einen Cocktail. Dieser Cocktail, ja. So einen Orangener. Ja, der Cocktail, dieser Cocktail, ja. Ich nehme, also wenn ich immer was nehme, dann nehme ich diesen Cocktail, den Tanzenden Emoji und ein Fußball. Weil ich das damit einfach am meisten in Verbindung bringe. Ja, und so ist Juice Man zustande gekommen. Aber dieser Juice, weißt du jetzt, was drin war oder ist immer noch Geheimnis? Secret Man. Also falls du bist da und vielleicht deine Meinung änderst, könnt ihr sonst auch in deinem Bio von der Folge das Rezept finden. Ja, ja. Wir machen eine eigene Marke. Jupp, Jupp, Jupp. Juice Man. Wäre schon nicht schlecht, ja. Alright, wir gehen schon krass auf die Zielgerade zu. Ich würde sonst noch mal kurz eine externe Frage mit reinbringen und mal sehen, ob du anhand der Stimme heraushörst. Ich erkenne alle Stimmen. 100 Prozent. Ich bin gespannt. Lass es mich wissen. Easy auf den. Steht deine Zukunft auf den schon fest? Und was hat No Cap für dich auf den? Was bedeutet auf den? Direkt zwei Fragen auf einmal. Und jetzt erste Frage. Wer ist es? John aka My Twin Man. My Twin? My Twin Man. Und kannst du auch noch den Nachnamen bitte einmal mit reinhauen? John Yeboah. John Yeboah aka My Twin aka The Tiny Guy. The Tiny Guy. Aber mag er das so genannt zu werden? Nein. The Tiny Guy? Entweder John. John ganz einfach. Twin oder OBJ. Ja, OBJ. Ich frage mich, warum OBJ. Ich habe es selber gerne. Er hat sich irgendwann selber so genannt. Wenn man sich selber so nennt? Ja, ja. Einfach OBJ. Das ist auf den so ein bisschen, wenn Hiswil sich jetzt plötzlich Steph Curry nennen würde. Ja, ja, genau so. Das Ding ist aber, so Fußball und Football, ich finde, das hängt so, das passt so alles zusammen, weil Celebrations beim Touchdown, Jungs, da passiert alles Mögliche. Aber Hiswil muss noch ein bisschen von dir, glaube ich. Noch ein bisschen Juice. Ja, ja. Fertig, fertig, fertig. Okay, lass uns, bevor wir jetzt auf der Zielgerade sind, kurz die Frage. Meine Zukunft steht tatsächlich noch nicht fest. Also ich sage mal so, ich werde auf jeden Fall, soweit ich weiß. Bis wann hast du Vertrag? Bis 24 in Hamburg. Soweit ich weiß, werde ich auf jeden Fall in Hamburg meine Vorbereitung starten und es waren jetzt einige Angebote, die für mich auch wirklich interessant klangen, so im Unlauf und ich war mir nicht sicher, was ich machen soll. Soll ich da hin? Soll ich da hin? Soll ich da hin? Lässt mich Hamburg überhaupt gehen? Sagt Hamburg zu mir, ey Junge, bleib auf jeden Fall hier. So, meine Zukunft ist da ein bisschen offen beziehungsweise mein Berater ist so im Austausch mit Hamburg und ich versuche halt alle möglichen Informationen jetzt zu fressen und auch aufzunehmen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich in Hamburg zum Vorbereitungsstart da sein werde, definitiv. Ich werde auch die ganzen Medizinchecks und alles sonstige in Hamburg machen. Was dann passiert, steht in den Sternen geschrieben. Ich wünschte, ich hätte auch ein bisschen mehr Klarheit, weil dann habe ich auch ein bisschen Seelenfrieden gefühlt. Kann ich verstehen. Aber ich versuche das jetzt erstmal zu akzeptieren. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Folge schon draußen ist, wir mehr Informationen haben. Definitiv. Und vielleicht wird es dann noch ein kleines Update geben. Ja, 100%. Sendest du noch eine kleine Videobotschaft an Athletes. Safe thing. Also vielleicht ist ein anderer Verein, vielleicht ist es Hamburg so. Ich weiß es einfach noch nicht zu 100%. Eine Sache, denke ich, steht fest. Wir wünschen dir nur das Beste. Dankeschön. Vor allem, dass du gesund bleibst. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, das war einer der größten Struggles, die du bisher hattest. 100%. Hattest immer Verletzungen und wirklich komische Verletzungen. Richtig komisch. Richtig, richtig komisch. Ich glaube, der Fachbegriff für die Verletzungen mit der Lunge, die ich hatte, Spannungspneumotorax. Wie bitte? Genau. Genau, das habe ich auch gesagt. Wer ist das? Spannungspneumotorax. Das spreche ich jetzt lieber nicht aus. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich meine, ja, aber ist nun mal so, ne? Aber ja, Zukunft ist auf jeden Fall, auf jeden Fall gesund bleiben, das Allerwichtigste. Sehr gut. Gesund bleiben, meinen Eltern soll es gut gehen und fertig. Das finde ich, was für mich crazy ist, ist immer, von außen betrachtet, denke ich immer, ja, man spielt auch Fußball, also er gibt Gas, trainiert. Aber wenn man so guckt, wie viele Verletzungen mental und was es alles mit einem macht, das ist Ängste, Zweifel, alles was, was theoretisch die Außenwelt auch gar nicht mitkriegt. Gar nicht. Gar nicht. So die Ängsten wissen eigentlich immer, was bei mir abgeht. So sind die Ängsten meine Familie so. Auch die Jungs, die wie meine Familie sind, weißt du, die wissen auf jeden Fall, so, ja, das und das geht bei ihm ab. Wir müssen vielleicht jetzt einen Tick mehr da sein, jetzt beispielsweise nach dieser Saison, weiß ich ganz genau. Es wird auf jeden Fall in Zukunft was für mich passieren, was entweder mir zuspricht, weil ich habe es auch irgendwo ein bisschen so in der eigenen Hand und ich habe mir eine eigene Situation geschafft, so mit der vergangenen Saison, aber es gab halt auch schlechte Tage, so schlimme Tage. Ich war zehn, auch mit der Lunge beispielsweise, ich war zehn Tage im Krankenhaus. Es war nicht ein einziger Tag, wo nicht mindestens zehn Leute bei mir waren. Es war, spricht ja für dich und dann deine Persönlichkeit. Pausen los, waren Leute bei mir. Ich habe, glaube ich, noch nie jemanden. Oder weil alle nur Fotos machen wollten. Kann auch sein. Das kann auch sein. Weiß, wie viel ich gegessen habe im Hotel. Hotel, im Hohenzimmer. War wie Hotel. Ja, ohne zu übertreiben. Es war wie ein Hotel. Also ohne zu übertreiben. Ich hatte, ich war im AK Altona und das Partnerkrankenhaus beziehungsweise das Krankenhaus, womit der HSV zusammenarbeitet, ist ja das UK Eppendorf. Und dann bin ich dahin, beziehungsweise habe mich dorthin verlegen lassen und ich habe ein Einzelzimmer bekommen. Meine damalige Berateragentur hat mir einen Fernseher gebracht. Mir wurde meine Playstation aufs Zimmer gebracht. Ich hatte WLAN, weil ich sehr gutes Internet hatte. Damit du wieder für FIFA auch trainieren konntest? Nein. Fortnite. Das war die Zeit, oder was? Fortnite war die Zeit und ich hatte locker zwölf Mahlzeiten am Tag. Locker. Das ist Wahnsinn. Also es war sehr, sehr krass. Hast du aber zugenommen oder bist du einfach auf deinem Körper crazy zugebaust? Er hat aufgebaut. Hast du mal seine Arme gesehen? Crazy zugebaust. Ja, ich habe mich auch gewundert. Da waren wir tragen, die Arzt bei Trikots. Crazy zugebaust. So. Wichtigste Sache zuletzt. Unser Podcast ist vor allem ein Projekt, um natürlich dem Spieler, dem Athlete, eine Plattform zu geben, um einfach auch mal ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Was uns aber auch extrem wichtig ist, ist, was man grundsätzlich den Zuhörern auch mitgeben kann. Also vor allem auch die Persönlichkeiten, die jetzt vielleicht erst auf dem Weg dahin sind, etwas professionell zu machen oder vielleicht auch nicht professionell. Und deswegen ist es für uns wichtig, welche Message kannst du an die anderen Athletes da draußen, sowohl weiblich als auch männlich, mitgeben? Ich denke, du hast es schon sehr, sehr viel erlebt. Thema Rassismus, klar, die Struggles auf dem Weg zum Fußballprofi. Jetzt nochmal deine Bühne. Ich habe sogar tatsächlich deswegen eine Erinnerung auf dem Handy. Ich habe jeden Morgen um 8 Uhr kommt auf mein Handy Hustle and stay strong minded. Egal, was du machst, egal, was du tust, vor allem geht sowieso die Gesundheit. Pass auf, dass du immer gesund bleibst und dass du dich dementsprechend verhältst, dass du auch wirklich auf langfristige Sicht gesund bleibst, dass es den Ängsten um dich rum super geht, worauf du am besten Einfluss hast, das beeinflusst du so gut du kannst und wenn du beziehungsweise was erreichen willst, dann krieg deinen Po und tu was dafür, weil vertraue mir am Ende des Tages, egal wie hart du arbeitest, egal wie oft du daran denkst, ey, ich habe keine Kraft mehr, ich habe keinen Bock mehr, es wird sich alles auszahlen. Selbst wenn du nur einen Millimeter nach vorne kommst, du bist nach vorne gekommen. Aber das wirst du wahrscheinlich in dem Moment nicht verstehen. Definitiv nicht, definitiv. Du wirst denken, warum mache ich das überhaupt? Das war bei mir genauso. Ich dachte, warum spiele ich überhaupt noch? Ich erreiche das doch eh niemals, ich will das doch eh niemals. Egal was ist, immer am Ball bleiben, immer fokussiert bleiben, wenn du etwas durchziehen willst, aber vor allem stell deine Gesundheit immer in den Vordergrund. Definitiv. Mega. Ich glaube, das können wir so unterstreifen. Auf jeden Fall. Genau, vielen, vielen Dank. Am Ende noch ein kleines Shoutout auch in deiner eigenen Sache, Thema, was du noch in der Freizeit machst. Willst du da ganz, ganz kurz noch was zu erzählen? Kurze Shoutout an mich selbst. Kurze Shoutout an mich selbst. Falls ihr Bock habt, könnt ihr meinen Twitch-Stream, der jetzt auch in Zukunft auf jeden Fall regelmäßiger sein wird, verfolgen. Auf Twitch heißt ich genau wie auf Instagram Longlifeopoku. Fragt mich, warum Longlifeopoku? Keine Fragen. Longlifeopoku. Longlifeopoku.com Longlifeopoku.com A.K.A. Juice.com A.K.A. OPK. Ich habe viele Namen, es sind ein paar Namen, aber könnt ihr auf jeden Fall verfolgen. Ich stream verschiedene Spiele und manchmal werde ich auch einfach nur rumlabern. Also wie gesagt, herzlich willkommen. Ja, Mann. Geil. Aaron, vielen, vielen Dank. Es war ein Gedicht. Es war ein Gedicht. Es war ein Gedicht. Hat mich gefreut. Me, 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 me. Me, me, me. Leute, das war es mit Athletes Room. Auf jeden Fall nicht vergessen. Fünf Sterne. Sir. Schreibt uns gerne bei Insta, wen ihr hier sehen wollt. Genau. Und ja, Mann. Hast du noch was zu sagen, Markus? Eigentlich nicht. Wir hören uns beim nächsten Mal. See you. Tschüss. Tschüss. Tschüss.